Wir diskutieren auch weiter. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, ich glaube, es besteht Einigkeit in diesem Haus, dass Sport eine wichtige Rolle spielt. Es ist wichtig, dass wichtige Arbeit in den Vereinen geleistet wird. Aber ich finde, natürlich muss man auch über die Rahmenbedingungen reden, die gut geschaffen werden müssen, damit die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen überhaupt die Möglichkeit haben, auf gute Sportstätten, auf gut ausgestattete Schwimmbäder und auf gute Rahmenbedingungen überhaupt zurückzugreifen. Da muss ich schon sagen, dass das Loblied, das Sie hier auf die Sportpolitik der Landesregierung, das so natürlich nicht stehen lassen können. Wir haben gestern schon einmal das Thema Schwimmbäder gehabt. Es ist ja so, dazu hätte ich gewünscht, dass Sie noch einmal zu den Zahlen etwas sagen. Eine Recherche vom Hessischen Rundfunk nun einmal ergeben hat, dass in Hessen 44 Schwimmbäder seit dem Jahr 2000 geschlossen wurden. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Da Sie mir immer nichts glauben, will ich einmal jemand anderen zitieren, und zwar den Präsidenten des Landessportbundes. Der Präsident des Landessportbundes ist selbst ehemaliger Hochschulmeister im Schwimmen und dürfte als langjähriger CDU-Landtagsabgeordneter unverdächtig sein, jetzt hier ins Chor der LINKEN einzustimmen. Er hat vor Kurzem eine Presseerklärung wiedergemacht, wo er gesagt hat, dass 60 % der Sechs- bis Zehnjährigen nicht oder nicht gut schwimmen können, das ist ein riesiges Problem, und in dieser Presseerklärung schreibt er auch – können Sie einmal etwas dazu sagen – wörtlich immer wieder erfährt der Landessportbund von unseren Vereinen, dass Bäder dauerhaft geschlossen wurden. Bäder – also die Zahl 1 Bad in Hessen – mich würde wirklich noch einmal interessieren, was Sie dazu sagen, wenn selbst der Landessportbund sagt, Sie hören von Ihren Vereinen, hier werden Schwimmbäder dauerhaft geschlossen, und das ist ein Problem. Darauf könnte man Herrn Dr. Müller auch eine Antwort geben. Ich finde, dass man die Situation des Schulsports auch nicht so stehen lassen kann, wie Sie das sagen, weil wir an vielen Stellen wirklich ein Problem haben mit der Ausstattung, mit den Sporthallen. Das hohe Lied, das Sie hier singen, will ich doch einmal daran erinnern, dass es – da waren die GRÜNEN noch nicht dabei, da war es noch die FDP, aber die CDU war ja die tragende Partei dieser Regierung –, dass Sie im Jahr 2010 ein Drittel der gesamten Mittel für den Schulsport kürzen wollten, wenn Sie sich daran vielleicht noch erinnern. Da gab es einen großen Aufschrei zu Recht von Schulleiterinnen und Schulleitern, weil sie nicht einmal diese Kürzung mit Ihnen kommuniziert hatten. Da war die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen, die hat an vielen Stellen zur Disposition gestanden. Es gab die Frage, wie man noch qualifizierte Übungsleiter finden und so weiter. Von daher, das ganze hohe Lied, das die CDU immer auf den Sport sinkt, in Sonntagsreden und hier am Rednerpult tun Sie das. Aber wenn es darum geht, Schwimmbäder zu erhalten, Sportstätten zu sanieren oder eben den Schulsport auch mit Mitteln zu fördern, – da machen Sie doch überhaupt nichts, das ist doch nicht Sache der Kommunen. Herr Klee, die Kürzungen der Mittel beim Schulsport sind ja nun nicht Sache der Kommunen. Da ging es damals um 200.000 €. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Debatte. Das sind nicht Gelder der Kommunen. Bei den Kommunen wollen wir darüber reden, wie die Situation der Kommunalfinanzen sind, und warum viele Kommunen überhaupt nicht mehr in der Lage waren, ihr Schwimmbad zu betreiben. Frau Goldbach, wir haben häufig als LINKE auch sportpolitische Themen hier thematisiert. Ich glaube, es geht übrigens. Man kann über Sport reden, ohne Jubelanträge für die Landesregierung zu verabschieden. Das geht. Ich finde, das sollte man auch tun. Auch regierungstragende Fraktionen sollten in der Lage sein, Probleme in diesem Land benennen zu können. Denn auch Ihre Aufgabe ist es, die Regierung zu kontrollieren und nicht sie zu bejubeln, Frau Goldbach. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Der Gesetzentwurf, den wir damals eingebracht haben, war zum Beispiel etwas. Am Ende haben wir uns dann auch durchgesetzt. Am Ende gab es dann auch mehr Mittel für die Destinatäre. Auch die Frage der Schwimmbadschließung haben wir zwei Aktuelle Stunden zugemacht. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass die Regierungsfraktionen besonders aufgeschlossen werden, unseren Anträgen gegenüber. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Kommen Sie zum Schluss. Letzter Satz. Wenn Sie unseren Anträgen gegenüber so aufgeschlossen sind, dann können Sie einmal schauen, dass wir bei den Haushaltsanträgen 25 Millionen € für die Sanierung von Sportstätten beantragen. Können Sie einmal anschauen, ob Sie dem zustimmen, wo Ihnen der Sport so am Herzen liegt. Danke sehr, Frau Wissler. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir machen das immer und immer wieder von einzigartig. Man kann es nicht. Wir lassen Ihnen das trotzdem nicht durchgehen. Das ist eine Heuchelei, was Sie teilweise hier bieten, nicht mehr zu überbieten, Herr Innenminister Beuth. Herr Kollege Klee, Sie wissen es eigentlich besser. Sie kennen auch die Landeshauptstadt Wiesbaden. Wir haben in Sportstätten und im Hallenbadbereich einen riesigen Sanierungsverlauf, nicht erst seit gestern, sondern über Jahre. Noch einmal zum Mitschreiben im Protokoll des Hessischen Landtags für die Damen und Herren auf der Tribüne, SPD-Fraktion im letzten Jahr, Haushaltsberatungen für das Jahr 2018, 20 Millionen € für Sportstätten, abgelehnt von Schwarz-Grün, weil es nach Ihrer Auffassung nicht notwendig war. Jetzt, ein Jahr später, 50 Millionen €. Frau Dorn, wir finanzieren das genauso wie Sie aus Steuereinnahmen. Oder sind schwarz-grüne Steuereinnahmen etwas Besonderes gegenüber Steuereinnahmen von anderen? Ja, Herr Frömmrich, Ihre Argumentation reicht ja noch nicht einmal für die grüne Mitgliederversammlung. Also lassen Sie es an der Stelle. Lassen Sie es an der Stelle. Ihnen glaubt man es doch ohnehin nicht mehr. Herr Innenminister Beuth, kein Wort zu der aufgeworfenen Frage, was Sie mit Schutzschirmgemeinden machen. Noch einmal ein Beispiel der Stadt Spangenberg, Schutzschirmgemeinde. Ich könnte andere hinzufügen. 10.000 € war die Stadt bereit, dem Verein zur Finanzierung des Daches, damit es da nicht mehr hineinregnet, eines Schützenvereins abgelehnt von der Kommunalaufsicht. Damit machen Sie Ehrenamt kaputt, Herr Innenminister Beuth. Darauf gibt es von Ihnen keine Antwort an der Stelle. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Ich wusste, dass der verehrte Kultusminister jetzt anwesend ist. Deswegen mache ich es noch einmal gerne und direkt. Von 22.700 Sportstunden, die nach dem Lehrplan vorgesehen sind, fallen ausweislich der Zahlen, die Sie uns irgendwann einmal mitteilen müssen. Denn unsere Kleine Anfrage, Herr Kultusminister, ist jetzt drei Monate alt. Die übliche Beantwortungsfrist beträgt sechs Wochen. Aber ich weiß, mit Zusammenführen von Zahlen hat es die Landesregierung nicht so. Von diesen 22.700 fallen 5.700 Sportstunden aus. Jede vierte Sportstunde in Hessen fällt aus. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat auch etwas damit zu tun, dass qualifizierte Sportlehrer, die in der Lage sind, den Sportunterricht zu geben, fehlen. Das ist Teil Ihres Problems in der Bildungspolitik. Ich glaube, wenn wir über Bewegungsmangel und Haltungsschäden reden, kann und muss Sport einen wichtigen Beitrag leiten. Schwimmen ist wichtig. Das sind Hallenbäder geschlossen worden. Ja, Herr Klee, das hat natürlich nicht der Innenminister per Erlass angewortet. Aber in der Konsequenz, wenn eine Kommune kein Geld hat, die Pflichtaufgaben nicht zu erfüllen, das, was sogar in der Verfassung steht, dann helfen wir keine winkeladvokatischen Belehrungen des Innenministers, wie das auszulegen ist. Wenn keine Kohle da ist, wird ein Hallenbad geschlossen. Sonst müssten Sie die Grundsteuer wie in Morschen auf 1200 Punkte erhöhen. Deswegen hängt das eine mit dem anderen zusammen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD In Ihrem Antrag, das kann ich Ihnen nicht ersparen, fehlt jegliche Aussage zum Ehrenamt. Das, was wir hören, ist doch, dass viele nicht mehr ehrenamtlich bereit, sich zu engagieren. Sie sagen, wir sind verzweifelt. Die Hürden sind so hochbürokratisch. Steuergesetzgebungsbundesrecht ist ein unendliches Thema seit vielen, vielen Jahren, wie Sie wissen, wie ich weiß. Aber da müssen wir einmal ran. Wie kann das Ehrenamt attraktiver gestaltet werden, damit die Leute nicht permanent überfordert sind? Dann machen Sie übrigens auch Unterschiede beim Ehrenamt. Das will ich Ihnen an dieser Stelle auch einmal sagen. Ein freiwilliger Polizeihilfer bekommt von Ihnen laut Ihren Regelungen und Vorschlägen sieben € die Stunde. Derjenige, der sich als Jugendleiter um Flüchtlinge oder Kinder mit Behinderung kümmert, bekommt nichts. Das sind auch Unterschiede, wo man Ehrenamt erster und zweiter Klasse schafft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, gehen Sie in die Städte, Gemeinden und Landkreise. Es gibt Landkreise, die Hallenbenutzungsgebühren erheben. Da sagen mir die Landräte, das machen sie auch nicht gern, aber sie sind gezwungen dazu. Ja, manchmal sind das wirklich kleine Beträge, die das vor Ort fast zum Überlauf bringen, wo man gesagt hat, ich mache nichts mehr. Das ist ein wichtiger Bestandteil. In der Vereinsarbeit kann ich auch soziale Demokratie lernen, Kinder an Verantwortung herbeizuführen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das können wir mit Jugendleitern, mit Sozialarbeitern, mit Lehrern allein nicht leisten. Das ist ein wichtiges Segment, junge Menschen auch zur Verantwortung heranzuziehen. Deswegen sind Rahmenbedingungen schon Sache des Landes, weil die Kommunen abhängig von den Finanzströmen sind. Das Land ist auch nach der Hessischen Verfassung verantwortlich, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Meine Damen und Herren, geschenkt ihr selbst Beweihräucherungsantrags. Wir werden trotzdem den Ziffern 1, 6 und 7 zustimmen. Das, was vernünftig ist, wird von uns auch unterstützt. Aber wenn es uns gemeinsam darum geht, den Sport und die vielen Ehrenamtlichen attraktiv zu halten, dass sie bei der Stange bleiben und die Vereine sagen, wir wollen uns engagieren, dann lassen Sie uns das gemeinsam auf den Weg bringen. In 2013, vor der Landtagswahl, ja, Initiative der LINKEN. Wir haben es damals angeregt, die GRÜNEN und der Opposition. Wir wurden von CDU und FDP heftig beschimpft. Aber wir haben gemeinsam hingekriegt, dass der Deckel deutlich angehoben wird. Das ist Planungssicherheit. Auch das brauchen Ehrenamtliche. Kommen Sie zum Schluss bitte, Herr Rudolph. Das geht weiter als über Ihren Antrag, Herr Innenminister. Aber wenn Sie auf wichtige Fragen keine Antworten geben, Herausforderungen nicht beantworten, dann gibt es eben kein Lob, dann gibt es Kritik. – Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. – Habe ich das richtig verstanden, dass die Ziffern 1, 6 und 7 getrennt abgestimmt werden sollen? – Danke sehr. – Für die Landesregierung erteile ich Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist nicht besser geworden durch die Beiträge, die wir gerade eben von Frau Wissler und von Herrn Rudolph gehört haben. Das tut mir außerordentlich leid. Aber es ist am Ende in Ordnung, wenn Sie der Auffassung sind, dass Sie die Sportpolitik im Lande Hessen nunmehr zu einem entsprechenden Kampffeld aufrufen, dann nehmen wir das an. Wir nehmen diese Herausforderungen locker an, Herr Kollege Rudolph, weil wir nämlich in dieser Frage so richtig etwas zu bieten haben. Dann fangen wir einmal an bei der Frage der Schwimmbäder. Frau Kollegin Wissler, wir haben in diesem Saal schon über die Frage miteinander diskutiert, wer zuständig ist für das Schwimmen erlernen und für das Schwimmen in unserem Lande. Die Debatte können Sie noch einmal nachlesen. Aber ich glaube, dass am Ende nicht nur Schulen Verantwortung tragen für das Schwimmen erlernen der Kinder, sondern ich glaube auch, dass die Eltern dort einen Beitrag leisten müssen. Jetzt reden wir einmal über Wasserflächen, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, bei den Wasserflächen kann ich Ihnen sagen, dass die Hessische Landesregierung in den letzten Jahren ein Hallenbad-Investitionsprogramm von 50 Millionen € bereits finanziert und durchgeführt hat, um die Schwimmflächen in den Hallenbädern zu erhalten. Meine Damen und Herren, einmalig in Deutschland gibt es nirgendwo. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Jetzt sage ich Ihnen einmal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil Frau Kollegin Faeser so laut ruft, zu diesen Haushalten, wo das Hai-Programm verankert war, Frau Kollegin Faeser, und es wird wahrscheinlich auch bei dem Swim-Programm so sein und dem Haushalt, wo das drin liegt, bei keinem dieser Haushalte hat die SPD-Fraktion und die LINKEN-Fraktion hier in diesem Hause zugestimmt, meine Damen und Herren, bei keinem einzigen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der Abg. Janine Wissler Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Frau Kollegin, wenn Sie es so haben wollen, dann bitte, dann will ich Ihnen auch sagen, kein einziges dieser Förderprogramme würde es geben, wenn es nicht hier in den letzten Jahren von Schwarz und Grün eine Mehrheit gegeben hätte, weil die Haushalte nämlich nur mit deren Stimmen hier verabschiedet worden sind. Nur wir haben am Ende die Förderung verankert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Bei den Wasserflächen machen wir jetzt weiter. Wir werden ein Sanierungsprogramm mit dem neuen Haushalt auflegen, dem Sie wahrscheinlich nicht zustimmen werden. Aber mit dem neuen Haushalt ab dem Jahr 2019 wird finanziert werden, 50 Millionen € um die Sanierung von Schwimmbädern, Hallenbädern und Freibädern im Lande zu gewährleisten. Ich weiß überhaupt nicht, wofür Sie uns sozusagen kritisieren. Sie werden ein Problem erkannt, Haushaltsmittel bereitgestellt und Gefahr gebannt. Meine Damen und Herren, so funktioniert Politik. Ich kann Ihnen auch etwas für die Gemeinde Spangenberg bieten. Ja, das ist in der Tat ein nicht zu unterschätzendes Problem. Dort gibt es Kassenkredite von 10,7 Millionen €. Was ein Glück gibt es diese Hessische Landesregierung und die Hessenkasse. Meine Damen und Herren, damit wird der Satz Mangenberg geholfen. Nein, nein, meine Damen und Herren, das funktioniert so nicht. Bei der Frage der Sportlehrer will ich Ihnen zurufen, dass Sie wissen. Frau Kollegin Wissler will ich es nicht vorwerfen, weil sie in den sportpolitischen Kreisen nicht dabei ist. Der Kollege Schaus ist dabei. Aber hier will ich es nicht vorwerfen. Deswegen erkläre ich es Ihnen noch einmal. Es geht nicht um die Frage, ob wir hinreichend Lehrer zugewiesen haben, sondern es geht um die Frage, ob die Lehrer, die zugewiesen worden sind, auch für den Sport eingesetzt werden. Das ist die entscheidende Frage. Genau darum geht es, meine Damen und Herren, Frau Kollegin Wissler. Ich will hier noch einmal eines sagen, Herr Kollege Rudolph. Das ist etwas, was ich in den letzten Monaten und Jahren und jetzt auch in dieser Debatte wieder beobachte. Das, was Sie hier vortragen, in welcher Art und Weise, das ist maßlos. Heuchler, Winkeladvokat, meine Damen und Herren, können wir das denn nicht einmal aus einer sportpolitischen Debatte solche Begriffe herauslassen? Ich finde das total unangemessen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Danke, Herr Minister. – Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, dritte Runde. – Kein Problem, ich habe Zeit. Herr Minister, Sie nehmen das Wort in den Mund. Sie kritisieren uns, wenn wir Heuchelei sagen. Sie lehnen einen Haushaltsantrag der SPD-Fraktion letztes Jahr Sportinvestitionsprogramm, unter anderem für Hallenbäder, ab. Dieses Jahr machen Sie etwas. Was hat sich zwischen dem Antrag von uns und Ihnen geändert, außer dass die Landtagswahl näher rückt? Dieses Verhalten benenne ich als Heuchelei, ob es Ihnen passt oder nicht. Heuchelei. Zweiter Punkt. Wie vielen Haushaltsplänen hat die CDU-Opposition bis 1999 jeweils zugestimmt? Weil eben dieses eher dümmliche Argument kam, ihr habt nicht zugestimmt, und damit seid ihr dagegen. Wie dümmlich ist diese Argumentation, unter anderem des Generalsekretärs, meine sehr verehrten Damen und Herren? Herr Beuth, da kann ich Sie beruhigen. Sie bieten uns so viele Vorlagen, weil Sie eben im Gegensatz zu Ihrer Meinung nicht alles richtig machen. Ja, das ist so. Heuchelei, das, was Sie hier teilweise betreiben. Dritter Punkt. Die sehr schöne Stadt Spangenberg, zufällig zu meinem Bedauern, kein SPD-Bürgermeister, sondern Herr Tick ist von der CDU. Das ist eine Flächengemeinde, wie viele Flächengemeinden, die darunter zu leiden hat, dass sie hohe Millionensummen in Abwasser, in Straße etc. in die Infrastruktur investieren musste. Sie darunter gelitten hat, dass sie wenig Einkommensteueranteile hat, abhängig ist von hohen Gewerbesteuereinnahmen, die dazu führen, dass im Rahmen des Finanzausgleichs weniger Geld zugewiesen wird. Das, was wir feinschmeckern, ist aber die Konsequenz. Diese Gemeinde hat nicht das Geld zum Fenster herausgeschmissen, Herr Beuth, wie Sie eben behauptet haben. Das ist ein strukturelles Problem. Sie haben gesagt, es sind 10,7 Millionen Kassenkredite. 6 Milliarden Kassenkredite sind aufgelaufen, die von Ihren Genehmigungsbehörden akzeptiert wurden. Jetzt stellen Sie sich heute hin und sagen, das seien alles Sachen der Kommunen, die etwas dafür könnten. Sie haben jahrelang gepennt, und jetzt wollen Sie etwas verändern. Das ist die Wahrheit in diesem Lande. Das ist die Wahrheit in diesem Lande. Sie können sich doch nicht ernsthaft hinstellen. Das reicht wahrscheinlich nicht einmal für einen CDU-Kreis-Parteitag, wo CDU-Bürgermeister sitzen, und erkennen, dass die Strukturen nicht stimmen. Der Kollege Schmitt sagt Ihnen das jedes Mal. Es bleibt dabei. Hessen hat mit die höchsten Kassenkredite bundesweit. Dann scheint es ein strukturelles Problem zu sein. Selbst wenn wir unterstellen, hier und da gibt es einmal eine Fehlinvestition, die möglich ist. Die hat das Land Hessen mit Stauffenberg und anderen Geschichten auch. Es ist ja nicht so, dass Sie immer alles richtig machen. Meine Damen und Herren, die Stadt Speckenberg leidet darunter, dass sie diese strukturellen Defizite hat, über all die Jahre aufgebaut. Wenn Sie nämlich einmal 10.000 € finanzieren können für einen Schützenverein, um Ehrenamt zu gewährleisten, dann spätestens dann, Herr Beuth, müssten Sie doch merken, es stimmt im System etwas nicht. Dass Sie das ignoranterweise auch noch hierhin stellen und sagen, alles ist nicht mein Problem, sollen Sie sehen, wie wir zurechtkommen, zeigt, dass Sie es nicht verstanden haben. Deswegen sage ich Ihnen, Sport und Ehrenamt, Ehrenamt und Sport gehören zusammen. Aber man muss es auch erst ermöglichen. Mit Ihrer Art von Politik wird es in Spangenberg jedenfalls ein Stück weniger möglich sein. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Danke, Herr Rudolph. Ich habe es durchgehen lassen, dass Sie von dümmlicher Argumentation reden, weil Sie niemanden im Hause dümmlich genannt haben. Aber es war hart an der Grenze, will ich auch sagen. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich eigentlich nicht noch einmal zu Wort melden. Aber das kann man wirklich nicht stehen lassen, was der Herr Minister hier sagt, weil ich es wirklich in Form und in Inhalt unerträglich halte. Ich finde, Herr Minister, ein bisschen weniger Arroganz wäre angebracht für einen Minister, der nicht einmal in Landtagswahlgesetz auf die Reihe kriegt, der fünf Jahre braucht, um einen Gesetzentwurf für den Verfassungsschutz vorzuwerfen. Also, ich finde, Sie hätten wirklich Grund, mit der Arroganz einmal ein bisschen runterzugehen, nicht einmal ein offensichtlich verfassungsrechtlich einwandfreies Verfassungsschutzgesetz und Landtagswahlgesetz auf die Reihe. Also belehren Sie uns doch hier nicht, über was wir zu tun haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Sie versuchen ja hier Verantwortung abzuschieben. Ich stelle einmal fest, ich hoffe, wenigstens darin geben Sie mir recht, dass für die Beantwortung kleiner Anfragen an die Landesregierung immer noch die Landesregierung verantwortlich ist. Wenn die Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Kollegen Schaus antwortet, dass ein Hallenbad in Hessen geschlossen wurde und alles andere der Landesregierung nicht bekannt ist, wenn der Hessische Rundfunk eine Recherche macht, wonach 44 Schwimmbäder geschlossen wurden, 24 davon ersatzlos. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, wie viele Schwimmbäder gerade saniert werden, weil wir einen riesigen Sanierungsstau haben, wie viele aus anderen Gründen geschlossen sind. Wenn man dann eine Antwort auf eine Kleine Anfrage gibt, wo man sagt, ein Schwimmbad wurde geschlossen, Herr Minister, dann ist das ein Umgang mit dem Parlament. Das geht einfach nicht. Sie verhöhnen uns doch. Das glauben Sie doch selbst nicht. Anfragen an die Landesregierung wahrheitsgetreu zu beantworten, wenigstens diese Verantwortung können Sie wirklich nicht abdelegieren. Dafür sind Sie schon selbst verantwortlich. Das haben Sie auch selbst unterschrieben. Ich finde, dieses Argument, das aus Reihen der CDU immer gerne vorgetragen wird, sind ja nicht nur die Schulen dafür verantwortlich, dass die Kinder schwimmen lernen, sondern auch die Eltern. Das ist ja wirklich ein... Wie denn die Eltern ohne Schwimmbad? Soll sich jeder einen Pool in den Garten stellen? Wie soll denn das funktionieren? Was ist denn das für ein Unsinn? Was sollen denn die Eltern machen, wenn es im Kreis kein Schwimmbad mehr gibt, weil die Schwimmbäder geschlossen wurden? Da ist doch nicht die Verantwortung der Eltern, sich einen Schwimmingpool in den Garten zu bauen, sondern dafür braucht man natürlich öffentliche Schwimmbäder. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Entschuldige, Frau Wissler, Augenblick bitte. Herr Pentz, die Peinlichkeit ist gerade auf Ihrer Seite. Ich bitte wieder um Ruhe im Parlament. Frau Wissler hat das Wort. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herzlichen Dank. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, was im Rahmen der Schutzschirmkommunen alles passiert ist. Ich möchte Sie auch an den Leitfaden des Innenministeriums, der dann zurückgezogen wurde, was sehr den Kommunen alles an Zumutungen aufdrücken wollte, damit sie die Schutzschirmkommunen, damit sie die Vereinbarungen umsetzen. Was da alles drin stand, zeigt nicht, dass es irgendeine Wertschätzung dafür gibt, was an kommunaler Infrastruktur da ist. Dieser Leitfadenentwurf damals hätte die komplette kommunale Infrastruktur infrage gestellt, und zwar von Bibliotheken über Sportstätten und über Museen. Das haben Sie alles in diesen Leitfaden hineingeschrieben. Gleichzeitig erzählen Sie etwas von Wertschätzung von Sport. Sie haben die Kommunalaufsicht. Wenn einzelne Kommunen gezwungen sind und auch angehalten werden, zum Beispiel Benutzungsbeiträge für Sportstätten einzufordern, dann ist das ein Problem, und dafür tragen Sie mitverantwortlich. Dann können Sie sich doch nicht einfach herausreden und sagen, das sind die Kommunen, und wir haben damit nichts zu tun, meine Damen und Herren. Ein Letztes, weil Sie mir vorgeworfen haben, nicht so im Thema zu sein. Ich bitte Sie, nachzuschauen, was es im Jahr 2010 ging. Da ging es natürlich nicht um Lehrerstellenzuweisung, Herr Minister, es ging nicht um Sportlehrer, sondern es ging um die Mittel des Schulsports. Es ging um die Kooperationsprojekte zwischen Schulen und Vereinen. Diese Mittel sollten damals um ein Drittel gekürzt werden. Wir können die Debatte noch einmal nachlesen. Von daher ging es überhaupt nicht um die Frage der Sportlehrerzuweisung, sondern darum, dass Sie mit 200.000 €, die Sie im Landeshaushalt einsparen wollen, was für den Landeshaushalt eine lächerlich kleine Summe war, maximalen Schaden anrichten. Das haben Sie damals beschlossen und den Schulen das nicht einmal gesagt. Dass Sie jetzt, kurz vor der Landtagswahl, noch einmal ein Schwimmbadinvestitionsprogramm auflegen, wo man jahrzehntelang, teilweise jahrelang verschleppte Investitionen jetzt einmal anfängt nachzuholen und sich dafür auch noch zu feiern, das ist doch wirklich lächerlich. Deswegen sage ich, eine Landesregierung, die nicht bereit ist, zu erkennen, wo Probleme liegen, weil sie alles schönredet, eine solche Landesregierung wird Probleme auch nicht lösen. Danke, Frau Wissler. – Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Klee zu Wort gemeldet. Wenn ich jetzt ein Lied singen müsste, würde ich das Lied ahnungslos und nicht atemlos singen. Aber ich bin auf der anderen Seite atemlos. Was aus dieser Debatte um den Sport entstanden ist, und die Sportfamilie, die hier zuhören könnte und hier da wäre, würde sich von so einer solchen Debatte abwenden. Denn das hat der Sport nicht verdient, dass er in dieser Form heute so kommen wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD Frau Schott, Sie sind für mich ja überhaupt kein Maßstab. Das sage ich Ihnen einmal klipp und klar. Ich will einmal deutlich sagen, wenn hier ständig davon gesprochen wird, es werden Schwimmbäder geschlossen und so weiter und es schwimmen lernen, ich behaupte einmal, vielleicht etwas kühn, aber Eltern, die ihre Kinder schwimmen lernen wollen, finden eine Möglichkeit, mit hundertprozentiger Sicherheit. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und die Eltern sind nicht aus der Verpflichtung zu nehmen. Das gibt überhaupt keine Frage. Ich sage noch einmal, das Antragsrecht hat hier jede Fraktion. Wer hier häufiger über Sport sprechen will, der muss Anträge stellen. Das ist doch gar keine Frage. Das ist doch nicht Sache der Landesregierung. Auf der anderen Seite ist es so, was hier an Fakten in diesem Entschließungsantrag drinsteht, ist doch die Wahrheit. Mehr ist doch da nicht beschrieben. Das hat auch mit dem Landtagswahltermin im kommenden Jahr null zu tun. Das Schwimmbadprogramm, das wir durchgezogen haben, wird jetzt durch ein Folgeprogramm weitergeführt. Das ist gut so. Dafür gibt es Beifall aus der Sportfamilie. Was hier zum Teil gesprochen worden ist, hat mit dem Thema Sportfamilie null zu tun. Danke, Herr Klieb. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe mir jetzt diese Debatte einige Zeit angehört. Ich stimme mit Herrn Klee an einer Stelle überein. Für die, die Sport treiben und die auf Einrichtungen der Kommunen angewiesen sind, ist es schwer nachzuvollziehen, was wir jetzt hier an der Debatte abgeliefert haben. Allerdings muss ich den Minister fragen, warum haben Sie diese Art hier noch einmal gewählt, dieses Thema vorzutragen? Ich muss feststellen, dass die Landesregierung die Aufgabe hat, die Kommunen in die Lage zu setzen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Dazu haben wir Instrumente, strukturelle Instrumente. Wenn die in Ausnahmefällen nicht ausreichen, dann kann eine Landesregierung natürlich noch einmal eine Verstärkung vornehmen. Dass Sie uns hier allen Ernstes erzählen wollen, das hat überhaupt nichts mit dem anstehenden Wahltermin zu tun. Da muss ich schon ehrlich sagen, das entbehrt jeder Glaubwürdigkeit, auch ihres politischen Handels der letzten Monate. Dass eine Wahl ansteht und die Kommunen einen finanziellen Zuschuss bekommen, das finden wir ja gut. Das ist doch okay. Da haben die Bürger jetzt etwas davon. Aber es ist doch nicht der rote Faden Ihrer Politik der letzten vier Jahre an der Stelle. Es ist nicht einmal der rote Faden der Politik der letzten Monate. Wenn ich mir die Freistellung der Kindergartengebühren vorstelle, nehmen Sie den Kommunen 155 Millionen € weg. Wenn ich mir die Hessenkasse anschaue, dann haben Sie 20 % Eigenmittel, den Rest nehmen Sie den Kommunen weg. Dann kommen Sie von der anderen Seite und sagen, hier geben wir den Kommunen wieder ein paar Euro. Dieser Umgang mit der kommunalen Familie wird noch einmal zu dem allergrößten Problem, das wir hier in der Hessischen Landesregierung bekommen. Ich glaube, Nachhaltigkeit, Glaubwürdigkeit, Gemeinsamkeit für wichtige Themen, das ist das, was sich die kommunale Familie von dieser Landesregierung wünschen würde. Das ist leider nicht das, was Sie hier bieten. Ich hätte mich doch gar nicht mehr zu Wort gemeldet, wenn diese Debatte hier nicht in dieser Form ausgeufert wäre. Ich kann Ihnen nur sagen, damit haben Sie sich keinen Gefallen getan. Es ist auch nicht stringent, wie Sie hier auftreten, sondern Sie haben letzte Plenarwoche das Gegenteil von dem, was Sie heute sagen. Sie haben den Kommunen in die Tasche gegriffen. Wir warten immer noch auf die Gesetzentwürfe, damit Sie ganz genau beziffern können, was Sie da treiben. Auf der anderen Seite stellen Sie sich hier hin und sagen, wir sind die großen Förderer dieser Programme. Herr Rock, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Ich kann hier noch vorkommen. Ich setze mich jetzt gleich wieder hin. Ich habe das gesagt, was ich sagen wollte. Den Eindruck, den ich jetzt habe, haben wahrscheinlich auch viele Menschen in Hessen, die das beobachtet haben. Versuchen Sie doch einfach einmal ganz stringent, Ihre Politik hier vorzutragen und nicht auf der einen Seite links und rechts zu agieren. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. – Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Herr Frömmrich zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich muss sagen, dass ich von dieser Debatte einigermaßen irritiert bin. Ich habe in den vergangenen Jahren eigentlich bei all den Debatten, die wir hier kontrovers führen, und ich glaube, wir haben genügend Möglichkeiten, uns hier gegenseitig die ein oder andere Scharte zu schlagen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Daran sind wir alle beteiligt. Ich nehme mich da gar nicht aus. Nur, durch eines hat sich dieses Haus in der Vergangenheit eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir bei gewissen Themen die Einigkeit und die Gemeinsamkeiten betont haben. Es war bei uns hier im Haus traditionell die Sportpolitik. Ich finde wirklich, der Kollege Klee hat das hier, glaube ich, auch bei der Einbringung des Antrags sehr eindrücklich gesagt, dass wir bei allem, was uns sonst trennt, doch das betonen sollten, was uns eint. Das ist das, was wir an Engagement in Hessen, in unseren Sportvereinen und in den Verbänden erleben. Das sollten wir doch betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ich finde, die einen sagen, dass man noch etwas drauflegen muss, und die anderen sagen, wie wir das finanzieren, liebe Frau Kollegin Wissler. Das ist der Streit im Detail. Aber dass man dieser Landesregierung vorwirft und sagt, dass sie den Sport, die Sportverbände und das Engagement für den Sport nicht in den vergangenen Jahren hervorragend gefördert hat, mit Finanzmitteln ausgestattet hat. Dieser Landtag hat diese Finanzmittel bereitgestellt. Das sollte man doch einmal betonen. Machen wir uns doch nicht kleiner, wie wir sind in den Fragen, in denen wir uns eigentlich verbinden sollten. Auch die Frage der kommunalen Selbstverwaltung. Ich bin selbst Kommunalpolitiker. Ich weiß, wie schwierig es ist. Ich weiß auch, wie schwierig es ist, Entscheidungen treffen zu müssen, unter Umständen Schwimmbärde zuzumachen. Wir haben das in Korbach gemacht und viele Jahre das Hallmbad geschlossen, das jetzt wieder eröffnet worden ist. Da hat es auch Diskussionen in den Städten und Gemeinden gegeben. Das weiß ich. Aber letztendlich ist es eine Aufgabe, die erst einmal eine kommunale Aufgabe ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn das Land, wie es das jetzt macht, in einem Programm mit 50 Millionen € zu sagen, wir wollen euch dabei helfen, diese schwierige Aufgabe zu erledigen, dann kann man doch nicht allen Ernstes sich hier hinstellen und das auch noch kritisieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. 50 Millionen € für die Kommunen, damit die Hallenbäder und die Freibäder in diesem Land saniert werden können und die Kommunen Gelder haben. Das ist doch toll. Das kann man doch betonen. Da können wir doch Gemeinsamkeiten betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde das Rumkritteln an diesem Thema wirklich nicht angemessen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Auch zu der Ausstattung der Kommunen kann man auch immer Kritikpunkte finden. Aber als wir in der schwarz-grünen Koalition angefangen haben, haben wir mit einem kommunalen Finanzausgleich angefangen, der bei Ende 3 Milliarden € lag. 3,6 Milliarden €, 3,7 Milliarden €, 3,8 Milliarden €. Nageln Sie mich nicht fest. Wir haben jetzt für 2019 eine Planung des KFA, der liegt ungefähr bei 5 Milliarden €, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Das ist ein Aufwachsen des KFA von über 1 Milliarde €, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sich dann hierhin zu stellen und zu sagen, wir behandeln die Kommunen schlecht, ist doch wirklich absurd, liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Von daher sage ich noch einmal, lassen Sie uns bei allen verschiedenen Themen hier streiten. Aber lassen Sie an dem Punkt, an dem wir Gemeinsamkeiten betonen könnten, auch einmal Gemeinsamkeiten betonen. Ich kann mich an viele überreichen von Bewilligungsbescheiden. Das ist immer das Problem. Hier werden sozusagen die kontroversen Diskussionen aufgeführt, die Landesregierung auf das Übelste beschimpft. Dann, wenn es Häppchen gibt, und wenn Bewilligungsbescheide überreicht werden und man aufs Foto will, dann ist man da und lobt es. Ich finde, man sollte doch einmal auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das, was man bei solchen Anlässen sagt, sollte man vielleicht auch einmal hier im Hessischen Landtag betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es würde uns guttun, es würde dem politischen Klima guttun, und es würde insbesondere auch Signale in die Bevölkerung senden, dass wir sagen, das ist ein wichtiges Thema, um das kümmern wir uns gemeinsam. Da sind wir uns im Hessischen Landtag sehr einig. Das würde ich mir wünschen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Frömmrich. Wir sind jetzt am Ende der Debatte angelangt und stimmen über den Entschließungsantrag betreffend zehn Jahre Sportland Hessen ab. Es ist beantragt, die Ziffern 1, 6 und 7 gesondert abzustimmen. Dann rufe ich diese zuerst auf, wer den Ziffern 1, 6 und 7 seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD, LINKE und die fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Dann lasse ich über den Rest des Antrags abstimmen. Wer dem die Zustimmung gibt, ist das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Die Gegenprobe? Die LINKEN und Frau Öztürk dagegen. Enthaltungen? FDP und SPD. Damit ist dieser Antrag in Gänze angenommen. Sehr gut. Danke. ...